Heute geht's gegen die Teletubbies, Dipsy, Poe, Tinky Winky und Lala und Zeus. Wie man weiß, der Teletubby-Vater, nicht nur Gottvater, sondern auch Teletubby-Vater, muss man meine Beziehung mit Ash wieder auffrischen. Macht das. Kann so nicht weitergehen. Ash und Blackbeard, die sind doch ein sexy Paar. Äh. Was? Sehst du eher so auf den Typ Sledge oder was? Ja, Sledge und Teletubbies, die passen gut zusammen. Ja. Haha. Haha. Wo wäre ich leer? Haha. Ja, mein Schatz. Wir rasten gleich unsere, ähm, Rasmussen zusammen. Nee, schrauben einfach, genau, schrauben einfach die, die Dinger aneinander. Locate the Biohazard Container. Ich fahr mal in den Keller. Oh, ich lag. Alter, ich lag so hart. Oh, der 1.300er Pink. Ich kann ihn. Ich komm nicht vorwärts. Keller, Keller. Was? Da spielst du an Himmel. 300er Pink, Alter. Toys spielt direkt aus dem Olymp. Ja. Da haben wir noch keinen 50.000er. Einer ist nicht gut. Einer ist nicht gut. Ja, hört mir auf mit 50.000er. Das hab ich selber noch nicht. Ich hab 50.000er und auch bei mir kack das Internet manchmal einfach komplett ab. Sehr schön. Haben keinen Bandit. Ach, da kann man rein? Ja, lol. Was, wir haben keinen Bandit? Die haben keinen Bandit. Ach, die haben keinen Bandit. Ja, wir haben sowieso keinen. So schön. Lol. Was machen die da? Nicht bewegen! Nein! Nein! Die, ähm, das Fenster. Nicht, dass er gleich C4 rausfliegt. Ist also. Reza, weißt du? Ja. Eigentlich müsste ich einmal oben hochgucken. Du bist gar nicht aufge... Achso, im Keller war das so. Wir brauchen hier einmal den... Hat er die Kamera noch? Ist da noch einer? Ich bin Thermite. Ich komm gerannt. Du bist, okay. Dann rette ich dich. Ich runde mal rein. Ich passe auf links oben auf, Fenster. Ja, ich stehe gerade an der Seite. Die haben da ganz schön viel Stacheldraht gelegt. Ja, das ist nicht so schlimm. Den kann ich wegschießen mit meiner Ladung. Okay, Fabi, du kannst mal... Geht der... Mitte? Ah, Mercurial ist in diesem Lagerraum rechts. Und ist in der Kamera. Okay. Wo ist der Stacheldraht? Warte kurz, warte kurz. Direkt hinten dran. Direkt hinten dran. Okay, direkt hinter der Tür. Ja, und die Tür geradezu steht hoch hinter nem Schild. Ja, dann aim du auf die Tür. Du aimst auf die Tür, Pato. Fabi, go. Ich schieße direkt den Stacheldraht weg mit meiner Ladung. Ja, der ist weggegangen. Ich drone noch. Wer zeigst denn vor? Oben, Fenster? C4, C4 vielleicht? Da ist ne Cam. Ja, C4, Pato. C4, 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 C4! Hab sich getroffen, leider. Yo. Gespottet worden. Was war das denn gerade? Oh, wie lustig, wie man das Fliegen sah. Eigentlich hätte man's abschießen müssen. Stimmt. Ich hab versucht. Ich hab nur geguckt. Ich hab nur an die Szenen gedacht, das wird eine schönes Sterbezahl. Die Kamera hinten in der Garage. Nice, Pato. Tinky Winky ist tot. Oh nein. Ist das der mit dem Pimmel aufm Kopf gewesen? Da ist noch einer. Noch einer, Pato. Achso, Kopf hat er keinen mehr. Ja, der ist aber links. Ah, eh doch, ja doch. Oh ja, der piekt aber ganz schön schnell. Achso. Sollen wir reingehen, oder was? Die müssen wir schneller raus. Rechts, Weinkeller ist clear. Nach rechts doch, da liegt noch die Valkyrie. Valkyrie liegt da drin. Konteste. Ihr haltet. Ich hab rechts die Tür. C4. Ihr macht das da, ne? Ich haltet aufs Fenster. Valkyrie hab ich. Was? Was aufs Fenster? Ich hänge immer noch im Stacheldraht. Von oben kommt Treppe. Kommt rein. Er ist close. Ah, ich hab ihn. What? Oh, leck. Noch einer in der Treppe. Ah, Pals. Was? One up for remaining. Nice. 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 Was sah das denn gerade? Das sah halt ganz komisch aus, wenn wir das nicht bei mir machen. Guck mal, wie der jetzt noch taumelt da. Den da schieß ich? Ja, da hab ich auch aufgeschossen nochmal. Ja, da hab ich auch aufgeschossen nochmal. Ja, da hab ich gesehen. Wie, Tf. Gut. Oh, schöne Runde. Ja. Ob. Wo gehen wir hin? Machen die Teletoppies nach nem Kieker, ne? Gehen den Rainbow rein. Ja. Kinderkarriere ist vorbei. Jetzt kommt der harte Shit. Ey, Conny, wer hat dich denn wo gekillt? In die oben, das Haus. Ich schlag irgendwie ein Fenster auf und vielleicht durchs andere Fenster einen Headshot bekomme. Ein Headshot. Hm. Also unlucky. Hat keiner gesehen. Aber die Pinks sind echt entspannt. Ja. Aber da war auch irgendwie gar keiner, als jeder meinte mit C4. Oder wo kam das her? Was? C4? Das ist mir fast auf den Kopf geflogen. Also das war irgendwie. Hä? Bei mir war da keiner. Ja, das war wirklich richtig knapp. Ich glaub, er hat das Tick zu früh gezählt, oder? Ne, das lag schon. Ne, das hat schon gepasst. Äh, ich... Die ist... Hat mich überrascht, dass die... Dass der Sprengradius nicht so groß war. Ja. Ah, hier kommt was gefahren. Habt ihr noch eine? Ja. 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 Zwei Stück. Ja. Aber hier braucht man zwei, ne? Ja. Ich weiß, ich hab noch eine. Ich komm. Ich komm. Ähm... Ich hab auch noch zwei. Wer braucht. Hier, kommt zu uns. Hier. Ja, okay. Hörni. 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 Jetzt wollen wir was draufschieben. Feine Flaschen draufschieben. Das ist die Cam im Nordwesten gewesen. Ha. E drin. Ruhe. Rade. Hörni. Aber hat irgendwer geschrien? Ruhe. Bitte. Er schlägt dagegen. Ja, spielen wir ein Spiel. Wie wollen Sie sein, na? Hier hinten, bei mir Sledge. Sledge, wie weit? Abgewehrt. Sehr gut. Sledge habe ich. Pass auf, weil wir die Sehnen da durch. Ich merks gerade, scheiße. Guck mal, fuck. Ich hab gedacht, ich kann rausschießen, aber es war genau andersrum. Warte, von wo? Bei mir ist der Camp. Vor der Garage ist der. Fuck. Ah, wieder was gelernt. Bei mir ist noch einer hier hinten. Hab ich den aufgetötet oder nur gedau'n? Conny, du musst hierher, komm zu mir, um mich decken. Ich hab alle Zuschauer was gelernt, das funktioniert nicht. Ich hab doch eingetroffen. Ich bin spotted. Ja, ich weiß, hier ist eine Drohne drin. Pass auf, stell dich lieber hier ein bisschen weiter hin, weil sonst sehen die dich durch den Lüftungsstütz. Ja. Wir sehen das ja, wenn die reinkommen, contestet. Wenn sie durch die Treppe kommen. Kamera. Also draußen waren Blackbeard und Twitch, genau. Laut. Irgendwas trampelt hier, ja. Kann einer mal in die Cam gehen, hier? Bitte. Oh, was? Ja. Da ist einer um die Ecke, tatsächlich. Hat gerade die Cam ausgemacht. Ja. Blackbeard. Fuck. 200 Teufel. Nächste. Braucht ihr Hilfe? Gleich. Hier ist ein Loch, Alter. Ich sag, wenn die kommen, fliegen. Die war exaktiviert. Jetzt ist langsam schwierig. Ja, sag mir die Hilfe. Dann muss ich hinten loslassen. Dann müssen wir länger decken. Ja. Wir müssen aber noch mehrere Kameras haben, eigentlich. Ah, die Drohnen? Ey. Da müssen mehrere Kameras sein. Da müssen mehrere Kameras sein. Ja, da ist er auf dem Treppenabsatz markiert. Jetzt kommt er rum. Guckt nicht. Blackbeard. Und Thermite ist mit dabei. Zwei Stück. Oh, jetzt zipp ihr da rein oder so. Das wärs gewesen. Wir hocken immer noch beide da drauf. Gucken beide in deine Richtung. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, was da ist. Geht beide wieder drück? Das ist nur maximal noch einer. Ne, das sind zwei auf dem Treppenabsatz. Blackbeard und Thermite. Bleibt beschossen. Über uns ist einer. Breedzer lauft da nicht rein. Denn der weiß, dass Corny da ist. Der weiß aber nicht, dass du da bist. Jetzt sind sie wieder beide da. Doch, doch, doch. Die haben mich schon gedronet. Achso. Fade. Ich markiere die jetzt nicht mehr. Über uns wieder. So, Greedzer den kriegst du. Sauber. Und Blackbeard kommt jetzt auch rein. Ist auf der Treppe. Oh, der geht sich wieder nicht down. Den Leid nach. Wahnsinn hat er noch. Hab ich von hinten? Nice. So. Letzter, letzter. Letzter, das ist er. Und jetzt kommt da rum, Greedzer. Kommt rum jetzt. Sauber. Nice. Ich hänge jetzt fest. Was ist das denn? Ich hab einfach genau aufs Schild geschossen. 100% nur aufs Schild. Und er ist trotzdem gestorben einfach. Tatsächlich. Oh, Rado ist unten drunter durchgeschossen. Nur zwei Außencamps, ne? Ja gut, dann spawne ich im Vorgarten und schieß die andere direkt weg. Gotten. Find, hier gibt's ja gar keine Tanks. Muss man doch eigentlich die Tassen spimmen. Dda-dda. Ja, von unten. Keine Ahnung. Oh, okay. Sehr gut. Soll lass' ich den nächsten Mal versuchen. Prozent auch ab Spanien und dann hat okay der Metallwand einfach mal drunter gehauen und stellen sich an irgendwas hin geblieben Prozent nicht mehr an die Stimme die Nummer er hat er gebetet wird sie bändet um er hat er hat er über die Runde Lass die Bar einnehmen und der Thermit macht da einmal auf und dann geht der Thermit nach draußen. Dann geh ich mal ins Höhe. Wohnzimmer ist clear. Da ist eine Valkyrie-Kamera hier in der Ecke unter der Metalltreppe. Hä? Hab die ein bisschen abgelenkt. Einer rennt nach oben. Wo nach oben? Über mir, Library. Oh, da guck ich gerade rein. Warte Korni, die Kamera muss weg. Sonst... Hinter dem Pfeiler war. Angeschossen? Naja, ich mich auch oder was? Kamera down. Den in die Bar. Also der in der Library, den hab ich angeschossen? Ja, ich helf die oben auch. Aber nicht gedowned, oder? Nein. Nein. Nice. Oh, alter. Alter, war das knapp. Durchatmen. Auf, Pato. Aufmachen und dann Garage, Pato. Kommst wieder raus und dann Garage. Machen wir auch auf. Komm. Es ist dunkel da unten. Safety nach rechts. Ok, komm. Fenster ist noch zu. Ja, hier ist nichts dran. Kannst direkt aufmachen. Risa ist dort. Nice. Ja. Lander hinter deinem Schild. Ne, das ist ein Bandit. Pass auf die hintere Treppe auf. Ich flasche... Naaah. Sauber. Sehr gut, Risa. Wo sitzt der? In der Raum rechts. Da sitzt einer. Da sitzen zwei, glaube ich sogar. Ja. Raum rechts? In den zweiten, glaube ich. Hattest du mich live, Risa? Oh, ich hab vor. Ja, genau da. Genau da. Einer rechts, close. Pato. Pato, du musst doch nur die Kosten... Äh, hä? Kosten fallen. Ich weiß nicht. Ja, das ist... Meiner ist hinter dem Weinkeller, und meiner ist hinter keinem Kopf. Einer ist gedowned. Ja, nice. Jawohl. Ja. Pato, du bist in den Raum rein? Und du hast einfach überhaupt nicht mehr gecheckt. Was? Ja, ich dachte... Ich dachte, der... Ich hab dir neben den Weinkeller gegeben sehen. Ich dachte, das wäre dein S-Zill gewesen. Ach so. Und deswegen hab ich das... Ich gecheckt. Das sah so lustig aus, wenn du einfach reinrennst wie so'n Irrer. Ah Gott. So. Die nehm ich. Bar wolltest du, ne? Ja. Ja, mal was anderes. Wobei, was haben wir denn noch? Wir haben noch oben und, ähm... Esszimmer? Library und Esszimmer. Esszimmer ist eigentlich auch ganz gut. Das ist da, wo die Bar ist. Ach so. Ne, äh... Das Zimmer ist das mit der Küche, ja. Ne, aber das finde ich bar besser. Okay. Äh... Pump kann man nehmen? Da muss halt... Muss halt einer oben die, äh... Library halten, ne? Ich dann mach ich das. Dann mach ich das. Pump kann? Dann halte ich mir grad schon was auf. Zwei nach oben. Zwei nach oben. Einer, äh... bleibt im Raum. Als Anker. Und dann, ähm... Geht einer noch, ähm, hoch in Master Bedroom. Und der, der fünfte kann... Keine Ahnung. Kann sich nen Drink mixen. Also, ich geh auf jeden Fall nach oben. So, was, äh, soll ich verbarrikadieren? Ja, ich mach hier einfach mal. Oben der Lupe, um das... Okay, dann nehm ich mir... Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Eine... Eine Wand solltest du dir aber behalten, Fabi. Ja. Weil dann solltest du dir oben der Wand verstärken. Gürst du dich von... Äh... Osten aus. Oh shit, sorry. Ich komm runter. Verlegt werden. Hier ist Aufschlüser. Beste liegen in der Bar. Okay. So, ich geh nach oben. Wohin genau? Library. Also, einfach... Genau, und dann am besten... Moment. Ich bleib in der Bar. Hier, irgendwie eine Wand verstärken oder so. Dass du nicht vom Glas durch die Wand einfach... Nicht die Luke? Doch, die Luke auch. Nee, die Drone hat sich genauso kackelt. Dann mach ich die Drone. Die Luke ist verstärken. Ich mach jetzt hier zu. Nee, hier ist noch eine. Nee, hier ist noch ne Luke. So. Aber die... Der kannst du nirgends wo rein droppen. Kann ich hier auch zu machen? Heartbeat sensor activated. Da rumpelst schon. Oh, hier in meine Richtung. Ja, hier wo ich pingel. Ich mach zu Breezer. Ja. Äh, genau unter mir. Machst du Anker? Alex? Ach, da kann ich nicht drüber ausweisen. Da kann ich nicht drüber ausweisen. In den Raum kommen sie rein. Drop. Okay. Dann bleib ich hier. Genau unter mir. Genau unter mir. Shit. Hier mal. Zwei Stück. Drei Stück genau unter mir. Geh weg. Die kommen, die kommen. Ich zieh mich zurück. Unter dir, oder was? Ja. In dem Raum drin. Ja, hier. Ist auch offen. Termit, ja. Ja, Termit. Oh, ich bin so am Arsch jetzt. Habs zerschossen. Höhöh. Rage. Nice. Einer ist im Hauptloch. Ich spring ihn mal in den Möcken. Hol einer draußen auf dem Balkon gespottet. Also da wo ich gespottet. Oh nein! Oh! Oh, schade. Wo sitzt der? Blackbeard ist noch draußen auf der Veranda. Okay. Oh, ich hätte die Ash so geil von hinten erwischt. Nein. Ich bin untergegangen. Das war wirklich Pech. Naja, gut. Kann passieren. Pato, du bist nach oben, ne? Ja. Ja, aber ich bin lau. Ich halte mich zurück. Ruhe bitte. Bei mir Blackbeard. Direkt da oben. Shit, ich bin untergegangen. Ich bin spottet. Ich... Blackbeard gespottet? Nee, irgendwer ist das. Da ist noch einer in dem Raum. Ash ist das, glaube ich. Ja, einer ist da im Raum. Bewegt sich. Kann sie leider nicht spotten. Oder ihn. Ich seh jetzt mal wie er da rumläuft. Guckt beide in seine Richtung. Und bin jetzt in der Bar drin, ne? Ich weiß nicht warum dieses Spiel ihn mir nicht markiert. Aber er ist in diesem Raum. Ich kann ihn durchs Fenster sehen. Jetzt schmeißt er irgendwas. Das ist Thermite, meine ich. Ich bin fullflashed. Ich bin fullflashed. Hab ich, hab ich, hab ich. Sau. Sturm Damage. Stop the hostels from securing the Biohazard Container. Komm ich einer aufheben? Einer noch. Einer noch. Komm weiter, getrabelt. Hier. Komm her. Jo, ist der falsche. Fuck. Alter, ey. Ich hab gedacht, du hast mich erschossen. Ich hab gedacht, du hast mich erschossen. Ja, ey. Das schleppt er sich den ganzen Weg durch. Die. Ah. Oh. Fast mit dem Ventilator. Ja, sehr schön. Flawless. Der Sonne war auch schon lang nicht mehr. Lob. Lob, lob. Die Valkyrie da im kurzen Hemd im Schnee. Die ist halt ne harte Sau. Puls mit Sonnenbrille. Bevor ihr geht, tut mir doch den riesigen Gefallen und votet für das Netzwerk und David Heinz Video über mich beim Webvideopreis 2016. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und meinen ewigen Dank findet ihr in meinem Herzen. Ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.